Hallihallo Hallöchen und herzlich Willkommen zu Feed and Grow Fish. Heute wieder auf der Ocean Map im Multiplayer-Modus unterwegs. Und heute habe ich mir den Mongoya ausgesucht, also der heißt nun mal leider so. Ein Fisch mit ganz außergewöhnlichen Zähnen, wie ich persönlich so meine. Die wirken schon recht menschlich, so überhaupt nicht fischig, aber hey, was soll's. So, zu sein werden. Er hat ziemlich wenig Energie und macht sehr, sehr wenig Schaden. Aber hey, im Multiplayer-Modus haben wir diese 300% Erfahrung. Na, also hoffen wir mal, dass er schnell wächst. Er hat auch, wie so viele andere hier, leider keinerlei Fähigkeiten. Müssen wir mal schauen. Ehe ich mich jetzt noch lang um Kopf- und Kragenräder, würde ich sagen, lasst uns mal beginnen. So, da bin ich. Ich bin klein, ich bin fein, ich bin wirklich sehr klein. Okay, das... Puh, das macht die Sache schwierig. Das macht die Sache schwierig. Aber hey, ich brauche was zu fressen. Mit einer Krabbe lege ich mich nicht an. Die ist viel zu stark für mich. Ich brauche irgendwas Schrimpiges oder so. Nehmen wir den Tuner, lege ich mich nicht an. Der macht mich auch fertig. Da ist noch so ein 4. Hm. Hm. Ich brauche irgendwie mundgerechte Beute. Mundgerechte Beute, das umschreibt das Problem ganz gut. Und irgendwas, was sich nicht wehrt und was Erfahrung bringt. So. Ähm. Schauen wir mal hier drüben, ob da nicht so irgendwo so ein kleiner Schrimp rumschwimmt. Schrimpi Schrimp. Schrimpi Schrimp. Ne, das ist eine blöde Krabbe. Was sind noch mehr blöde Krabben? Da. Da, 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 da. Und schon Löffel 2. Sehr fein. Muss noch aufpassen. Das ist ja hier wie ein Mienfeld mit den ganzen Krabben. So. Ich bräuchte noch einen Schrimp. Und mit einem meine ich eigentlich viele. Oder Fleisch. Fleisch, was einfach so rumliegt. Ist hier irgendwas Fleischiges? Oder Schrimpiges unterwegs? Komm, ich brauch das. Ich muss wachsen, Leute. Ist doch schwierig sonst. Ich meine, ich könnte versuchen, die kleinen Blues zu erwischen, aber ich bin nicht groß genug, um die so wegzuschlurpsen. Und die huschen ja dann auch weg. Was die Sache so ein bisschen schwierig macht. Ah, da waren sie gerade links von mir, aber das wird nix. Ich sag es so, wie es ist, das wird nix. So. Schrimpi. Schrimpi, Schrimpi, Schrimpi. Dass es hier keine Schrimps gibt. Alles schon weggefuttert. Wurchtbar. Da. Da, 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 da. So, schön, Level 3. Wunderfein. Jetzt noch ein paar. Das wäre sehr nett. Da. Schwupp. Ähm, noch einer. Noch einer. Noch einer. Wäre auch fein. Komm mal hier unten so ein bisschen lang, aber nö, da is nix. So. ich sehe keinen schrumpf zwei tunas im haigebiet eher selten aber okay oder krabben aber die schrumpf dinge fehlen so die wir gerne so in der nähe vom rand da rutschen die gerne rum und was man da fleisch sehr schön reich ist auch gut so da gleich zwei sehr schön sehr sehr fein level 5 ist schon mal ein anfang da ist noch einer level 6 ist besser anfangen ich habe 15 energie das ist nicht viel aber bestimmt äußerst wenig schaden und sollte hier schneller weiter schwimmen weil das ist doch hier goliath gebiet und für den sehe ich bestimmt inzwischen ordentlich lecker aus so gucken wir mal ist hier noch ein schrumpf unterwegs schrumpf 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 wo sind meine schrimps schrumpf 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 hier ja keine ahnung ich brauche euch kommt raus ich brauche euch nicht mehr so dringend wie vorhin aber ich brauche euch trotzdem wo steht inzwischen wieder einer rum zwischen den ganzen dicken krabben sieht nicht oder da 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 ist er aber ich lebele jetzt nicht mehr so leicht mit denen ja wo sich doch ganze mal auch mich umsteigen scheint so hier ist nix mehr zohlen das stimmt Nein, ich sehe keinen. So, versuchen wir es mal mit dem Blue. Kann ich euch schon so weit wegfressen? Nein, ich mache 1,5 Schaden. So ein Blue hält ja aber auch nicht so viel aus, na? Komm, zittert denn das hier alles so? Das ist meine eigene Performance. Ich weiß schon, dass dieser... Wow, ich habe gerade die Verwandtschaft gefressen. Okay, ich bin groß genug. Ich bin groß genug. Ich habe die eigene Verwandtschaft gefressen, sorry. Aber ihr wisst ja, wie das ist. In der Not und der Teufel und die Fliegen, na? Zack. Level 10. Ah. Also diese Zähne, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich für diesen 10 halten soll. Das ist so ein bisschen... So, probieren wir es jetzt mal mit einer Krabbe. Weißen wir jetzt mal einer? Die da zum Beispiel? Ja, die ist doch fast hin. Genau. So, Krabben stehen jetzt auf dem Speiseplan. Komm. Sehr schön, die war schon etwas größer. Oh, das hat geknuspert. Das hat geknuspert. Komm, langsam müsste ich auch groß genug sein für diese Dinger. Nein, immer noch nicht? Ist ja furchtbar. Ja, ich kann mich, glaube ich, auch mit 2 auf einmal anlegen. Ich bin groß genug. Oh, ja. Seestern gefressen. Sehr fein. So, jetzt kann das Wachstum kommen. Jetzt kann das Wachstum kommen. Er zittert so rum, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ah. Seestern? Was? Was ist denn das? Ist es nur jetzt seine blöde Flosse, die da die ganze Zeit so wappelt? Ich weiß nicht. Ich habe aber das Gefühl, es ruckelt ein bisschen. Ah, da ist einer. Ups, im Ganzen gefressen. Sehr schön. Und das auch. Wunderfein. Das bestimmt auch, oder? Und das? Nein, das noch nicht. Aber die Krabbe da unten. Ah, der Schrimp. Den nehme ich noch mit. Ihr habt mir vorhin sehr gut geholfen. So. Siehsterne. Ich sehe Siehsterne. Wunderbar. Ah, jetzt läuft's. Jetzt läuft's hier. Kann ich langsam mal auf Beutefang von größeren Fischen gehen, glaube ich. Vorher fress' ich aber noch die ganzen Kleinen hier. Je größer ich bin, desto leichter wird das dann mit den größeren Fischen. So, erwischt. Was ist denn hier? Kann ich auch fressen? So, das da unten. Ach, Kamera, was ist denn mit dir heute los? Die huschelt immer so hin und her. Lass das mal. Muaah. So. D-d-d-d-d-d-d. Das hier auch noch wegschnurpsen. Guck mal erstmal diese ganzen Dinger hier. Jetzt bin ich groß genug, die alle zu fressen. Und das nutze ich natürlich aus. Bei Level 23. Das klappt. Das klappt hier. Wupp, wupp, wupp. Wupp. Über 100 Energie. Im Zentrum sollte ich mich noch ein bisschen fernhalten, aber hier den Ranggebieten, da kann ich schon alles wegschlurpsen, denke ich. So. Wo haben wir denn hier drüben mal irgendeinen Fisch? Außer diese Fake-Fische da, die man nicht fressen kann. Müssen wir aufpassen. Mal sehen, wer diesmal der Gigant ist. Mal schauen mal. So. Ja, fressen wir mal. Eben gar nichts fressen. Dann fressen wir so ein Ding. So. Haben wir hier unten was Leckeres? Babi-Bibus. Zack, weg waren sie. Zentrum immer ein bisschen vorsichtig. Mit Vorsicht zu genießen. Gucken wir mal oben. Gucken wir mal oben. Da ist irgendwas Großes. Das ist ein Barracuda. Ein riesiger Barracuda. Aber der ist abgelenkt. Und da ist die Musik weg. Sehr schön. Wunderfein. Ah, das ist mal fein. So. Euch fressen sich alle. Ihr seid zwar Verwandtschaft, aber hey, was soll's. Jeder ist sich selbst der Nächste. Okay, bisher also ein riesiger Barracuda. Aber Barracuda ist ja nicht so gefährlich. Da ist so ein Hai ist da um einiges gefährlich. Ja, aber... Ach, das war eine Palme. Ich würde sagen, da ist irgendwas Großes mit einer riesigen Schwanzflosse. Nein, das war eine Palme. Hier die Haie. Zack. Weggefressen. Da rutscht doch gerade was vorbei. Ich will nicht gerade was vorbeigewischt. Ah, merkwürdig. Ich schwöre, da ist gerade was vorbeigewischt. Ich guck mal. Ich guck mal. Ja, es ist der Barracuda. Das ist scheinbar diesmal der Riese. Der Barracuda. Aber der ist abgelenkt. Der frisst die ganze Zeit den gleichen Mist. Da bewegt er sich nicht. Und das ist gut so. Da kann ich jederzeit diese ganzen kleinen Fische fressen. Und dann komme ich wieder und beiß den Barracuda tot. Ach, was ist das hier? Leer. Da ist ja gar nichts zu holen. Das ist 37. Schicke Sache an sich eigentlich. Guck mal hier im Zentrum. Wenn der Barracuda abgelenkt ist, da kann ich doch hier unten mal so ein bisschen plündernd gehen, oder? Will ihr nicht auch? Ich finde es. Hier die kleinen Kröpfchen mit. Schöne Sache. Die Zebras da auch. Sind hier auch normalerweise die Sementes-Schrimp unterwegs? Ich habe das kein gesehen. Schade. So, gucken wir noch mal so ein Gouliard-Fisch. Ich glaube, das ist jetzt das Richtige für mich. Also, solange er klein ist, wohlgemerkt. Wenn sie groß werden, sind sie nervig. So. Gouliard-Fisch. Wo bist du? Gouliard-Fisch. Gouliard-Fisch. Kein Gouliard-Fisch da. Schade. Muss ich mal weiterschauen. Welche sind da drüben, bei dem Bibus? Die schattenmäßig sehe ich auch nichts. Ne, alles schicki, aber ich sehe... Kein Gouliard... Da, da, da ist ein Gouliard. Den beißen wir mal. So, schön gewachsen. Wunderfein. Level 50 ist immer gut. Schöne Sache. Ich muss mal gucken, wie groß ist der Barracuda. Wie groß ist er? Wie groß ist er? Ähm... Oh! Der hat sich selbst eingeklemmt. Das ist aber wunderfein. Oh, ich glaube, er ist schon tot. Ja, 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 ja. Den habe ich gerade schon gefressen. Wollte ich schon sagen. Zack. Aber nicht viel gegeben. Muss man mal so sagen. Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. So groß wie der war? Hm. Okay, okay. Okay, okay. Da habe ich den Giganten ja eigentlich ziemlich leicht platt gemacht. Muss ich mal so erwähnen. Mal, ob hier noch irgendwo vielleicht irgendwas anderes, etwas Größeres ist, aber diesmal war es nur ein Barracuda. Da finde ich immer, wenn so ein Hai groß wird, hier auf der Map, das finde ich immer um einiges gefährlicher. Aber so ein Barracuda, das ist scheinbar keine Herausforderung. Nö, nö, nö. Oder hier. Ja, zack, Aquarer. Gut. Oh, ich habe eine Verletzung an der Stirn. Na? Aber hier, Wakinja, immer schön die Zähne putzen. Dann sind ja so kräftige, strahlend, äh, ja, weiß, was ich jetzt nicht sagen. Gibliche Zähne wie ich. Der Mongofisch. Gibt es hier doch was Leckeres? Ich glaube, ich mache jetzt, äh, Level 70. Hier, da unten. Das ist noch so ein Urz, halt vier. Aber ansonsten, leere Gewässer. Ja, ein paar kleine Barracudas, auf die bringe ich mir so viel. Nee, nee, nee. Also Level 70 wird das Ziel sein. Ah, nö. Nichts Großes mehr. Schade. Ich habe noch nie auf dieser Multiplayer-Map mal diesen weißen Hai gesehen. Und dabei habe ich eigentlich dafür gesorgt, dass er spielbar ist und, äh, dass er auch von sich aus spawnt. Als NPC. Zwar nur einer, aber ich weiß nicht, was die Voraussetzung dafür ist. Ich muss sich mal die Rate, wir muss sich mal hoch holen, dass die hier so, äh, in Masse auftreten. Aber Hauptsache, sie treten auf. Ich habe bisher echt noch kein Waisen gesehen. Das ist den sein Gebiet hier. Aber nirgends. Und jetzt kommt schon, ihr Viecher, ihr. Ich will hier Level 60, äh, Level 60, das habe ich schon längst erreicht. Level 70 erreichen. Dass ich mich hier verabschieden kann. So, Zebra. Weggefressen. Ich brauche mal so einen Uhrzeit-Fisch. Mit denen läffelt man... Oh, da ist irgendwas. Hey, der Witzker. Das ist ein großer Hammerhai. Das war ein großer Hammerhai. Den hätte ich fast übersehen. Na, holla. Gut, vergesst Level 70. Ich habe Level 80. Fast doch auch. Ach, Mensch, da war noch ein großer Hammerkopf. Den habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, wunderfein. So. Also. Na, der Mungofisch. Und jetzt hier keine Mungowitze. An sich... Ich weiß nicht. Er ist wie all die anderen, ja. Die haben alle wenig Angriff. Wenig Energie zu Beginn. Und dann wachsen die gut. Aber die unterscheiden sich nicht so wirklich. Also ihr müsst es wirklich Fähigkeiten für diese Fische geben. Die spielen sich sonst alle so ein bisschen, naja, gleich. Die sehen zwar unterschiedlich aus, aber die spielen sich dann einfach alle gleich. Das ist immer so das kleine Problem, was ich da damit habe. Gebt den Fischen Fähigkeiten. Irgendeiner hier irgendwas Zahnlastiges. Der hat solche riesigen Zähne. Der braucht irgendwas Zahnlastiges. Na. Verbissen. Irgendeine Fähigkeit, die einfach heißt verbissen. Naja. Gut. Aber an sich. Gut gewachsen. Hat sich gut durchgesetzt, der Kleine. Inzwischen der Große. Was will man sagen, ne? Also. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch einen fantastischen Tag. Und verabschiede mich. Ciao. Ciao. Ciao.